Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Overwatch, ich bin's der Cookie und what the heck is that? One on one, ich und one on one, ich habe keine Lust auf one on one. Keine gute Idee, Roadhog, wir sind in der Schachtel. Ich habe keine Ahnung was hier passiert. What? Was passiert hier gerade? Ach, ich gegen alle. Ach so. Oh mein Gott, die töten sich hier alle. Mama, Mama. Komm mal her. Lass mich in Ruhe, Reaper. Nein, 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 nein. Nein. Ich bin doch so schlecht im Waterborn. Hm. Komm, picken wir einen guten Junkrat. Bam, 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 bam. Na, 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 na. Oh mein Gott. Er ist überall. Sie sind überall. Mama Mia, Mama Mia. Wow. Ich wollte gerade runterspringen, so ganz cool. Da, 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 da. Wo, wo sind die jetzt? Das ist aber mal eine schöne MAP. Woa. Nice try, boi. stop me if you heard this one before oh nein sie ist da oben nein du nein sie hat auch von hinten oh mein Gott ah schlimm schlimm hier G-Bot und Ace-Zekun boah wie mies wie einfach nur mies ich hab ein bisschen Angst hm vielleicht krieg ich ja was hin einfach mal hier runter was gibt es denn hier schönes ah tja boah dachtest du wärs was besonderes hier oh Gott wo ist der Reaper oh Reaper kommen sofort zurück die Kids ihr Schweine zu immer sterben die hier alle was war das denn halle ist hier wer kommt sofort wieder zurück du böser Mensch oh 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 ist das oh 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 Gott, ist das ne Mappy A. Wuhu. Wie unverschämen. Wie einfach nur unglaublich unverschämen. Und schon wieder ne Ulti von Roadhog. Boop. Du Fiss, was war nett, ey. Ach, wie cool. No, 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 no. No, no, no. Komm noch her. Komm noch her. Trau nicht durch. Da, 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 di, di, di. Ist er tot? Er ist tot, er ist tot, er ist tot. Nee. Komm her. Du dickes Ding, Roadhog. Du dickes Ding. Und was geht denn hier ab, Alter? Es ist verrückt. Es ist einfach verrückt. Einmal bitte wiederbeleben. Holy moly. Upsala. Das war jetzt aber nie so gemein. I'm sorry. A feeling of deja vu, love. Holy shit. Jimmy. Where the fuck are you, Jimmy? Bum. Dieser unverschämte Genie. Baba. No. No. Nein. 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 Farrah. Why are you doing this to me? Dieser Mod ist irgendwie schon cool. Nein. Du dober Kerl. Das kann doch nicht sein, Alter hier. Scheiße, Assassin's Creed. Unglaublich. Mensch. Nein, Assassin's Creed ist gut. Aber der erste Teil war super. Aber wenn man dann so einmal den ersten oder zweiten gezockt hat. I've got you in my sights. Pah. Was? Du elende Farrah. Geh in die Hölle. Äh, irgendwelches Eis lutschen. Komm sofort wieder, du dickes Ding. Wow. Was geht denn bei euch ab, Alter? Diese dicken, fiesen Fettsäcke. Was? Er hat mir gestohlen. Und jetzt. Boah. Was kann euch sein? Mama. No. No, 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 no. No, 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 no. Mama, 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 Mama. Boom. Baby. I survived. Eieieiei. Eieiei. Guck ihn hier. Und Survival Dispatch. Mein Herz. Mein Herz. Mein Herz. Du dickes Ding. Lass mich in Ruhe. Ah. Auf einmal kommt Alter hier um die Ecke. Alter. Der alte. Ihre 55. Alter Kuba. Äh, nicht Kuba. Nicht Kuba. Oh, sch. Zisch ab, Alter. Ja. Er will mich. Er will mich. Bitte. Ich bin doch noch so jung. Oh, Gott. Schon wieder der alte Irre. Kann doch nicht sein. Enemy needs two kills. What? 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 Von wo? Oh, Gott. Das sind so viele. Oh, mein Gott. Der sch. Da. Mir fehlen die Worte. Mir fehlen die Worte. Mir fehlen einfach die Worte. Komm her, du alte Kuh. Oh, nein. Ich starb. Wo ist die alte Kuh? Nein. Justice. Alter, was ein Mensch. Mune Sassessi hat gewonnen. Und er streckt auch noch die Zunge aus. Was für ein widerlicher Mensch. Oha. Und jetzt hat er sich den auch noch geholt. Ey, diese Roadhogs, ne? Ich bin Platz 6. Wenigstens bin ich nicht so schlimm wie Jimmy. Also dann, danke fürs Zuschauen, meine Freunde. Und ich sag bis zum nächsten Mal. Tschüss. Musik. 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 Untertitelung des ZDF, 2020